Unser Ziel am heutigen Tag ist es, endlich eine der neuen Marble-Waffen zu bekommen und damit auch jemanden zu killen. Und damit Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Fortnite. Chapter 5? Nee, Season 5, Chapter 4. Leute, ey, ich weiß, ich hab beim letzten Mal versagt. Ich hab gegen Dr. Doom gekämpft. Ich wollte unbedingt diese epischen, mystischen Superwaffen und dachte, die gibt's nur da. Das Problem war, deutlich bessere Spieler als ich wollten den gleichen geilen Kram. Warte mal. Holy! Ah, komm! Ah, komm! Nein! Nein! Nein, du... Oh! Oh! Ah! Das ist doch jedes Mal das Gleiche! Ich geh pinkeln, Mann! Oh! Ist das nicht der Galaxy-Skin? Ist das nicht diese richtig teure, wo man irgendwie so ein Galaxy 7S Plus kaufen musste? Alter, ey, Fortnite-Skins waren mal so krass gehypt. Du warst der... Oh! Abgestürzt. Let's go! Was ist das denn? Seit wann stürzt der Fortnite ab? Das geht schon wieder gut los. Nee, ich bin nicht mehr in der Runde. Ich bin schon tot. So, diesmal, ich geh nicht in diese Haupt-Hotspots, weil da gehen alle Guten rein. So. Wir gehen lieber irgendwo da, wo jetzt weniger los ist, um dann da den geilen Kram zu bekommen. Wisst ihr? Also wir könnten jetzt zum Beispiel die Underworld... Oh, die Underworld sieht heftig aus. Ne, ich spring mal hier raus. Oh, das ist auch noch jemand. Ne, das ist jetzt ja blöd. Gut. Aber die Underworld sieht heftig aus. Warum ist die so dunkel? Warum ist das... Weil ich das noch nicht entdeckt habe, oder was? Ja, warte mal. Das hier kenne ich. Hier war ich schon mal. Früher. Oh, nee. Hier kommt auch einer runter. Ne, das ist ja... Warum sind denn jetzt hier so viele Leute? Ja, alles klar. Alle... Oh Gott. Was ist das für eine komische... Ich bin... Ich bin... Ich bin stark. Hilfe. Okay, ich bin hier drin. Goldene Kiste. Okay, in jeder dieser... Oh, 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 oh. Das ist... Das ist... Das war eine fliegende Banane. Alter, ich habe ihn aber gut gegeben, oder? Aber er hat gefressen. Wo ist die Banane, Alter? Da oben ist jemand. Er frisst. Wir gehen hoch. Seilrutsche. Das war wecken wieder die Banane. wo bist du also lass mich was plötzlich alter ich wusste nicht dass sie ein visier hat plötzlich wie sie alter schwer okay 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 goldene kiste warte mal warte mal jetzt müssen wir kurz mal die band da geht nicht ich nehme das hier mit weil dann können wir auch fliegen kann ich dann auch auf waffe switch ja geht auch wie wie land ich okay alles gut ich möchte auch noch mal kurz sagen das letzte mal haben leute mich gefragt ob ich das ernst meine was ich da gemacht habe ich habe super lange keinen ford mehr gespielt ich habe oftmals die season wenn du noch angetestet und ich habe auch ich manche sagt was das jetzt bekomme ich schon mit also dass zum beispiel so was das ist das ist auf jeden fall stargate das ist zum beispiel so ein auto oder in ok da schießt jemand von hier unten hier ist doch jemand drin gewesen ich sehe ihn doch da wo sich da ist ein dicker gib mir den nur falls müssen wir gleich rein in die g-klasse der kommt nein warum muss der nachlagen let's freaking go noch ein rein sind hier noch steps okay so welche waffen scheiße was ist denn jetzt hier was soll ich denn mitnehmen und was nicht die habe ich ja schon einen besser die könnte ich vielleicht tauschen ja eine shotgun die ist nicht so warte 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 wie hier ist eine gute shotgun da sowas ist hier ich bin gut weil ich nehme das hier da wird doch geschossen da ganz hinten so guck mal jetzt hier und dann nehme ich den wieder mit und den soll ich den trinken gut ich glaube das passt jetzt den schildi der bringt nichts ich dann steige ich in meine g-klasse wo they see me rollen endlich die klasse leute zipzer oder schüsse da ist jemand den überfahre ich warte trick 17 ich gehe hier runter was das für eine magische flasche was ist das hier flowberry sprudel soll ich den nehmen okay oh gott was das warum warum bin ich plötzlich so schnell krass warum bin ich so heftig ich kann ich konnte so richtig springen dahinten da oben wurde einer geholt da fahren wir hin mit der sich verwandelt oder sind da sind viel mehr schüsse wo es passiert ich wurde markiert hilfe warum habe ich so ein ding auf dem kopf hier sind items oh man ich weiß nicht welche waffen gut sind ich habe aber noch nicht so eine epische superwaffe wo sind denn die ganzen lobe da hinten der ist weggefahren warte wo ist der mein auto ich renne wer ist das da vorne der quatsch warum hat er so eine so eine quest moin hallo wer bist du captain jones hallo captain jones hey dein schild das schild warum 241 warum kann er mir das nicht geben captain america kann ich dich abballern dann den jungen dann schallert er mir bestimmt zu captain amerika schelle na toll woher kriege ich den fricken goldmann jetzt das ist das doch genügend jetzt nein die zone kommt captain america stopp stopp bruder gibt mir er macht den bizeps gibt mir das immer noch nicht genug scheiße ich muss weg wir müssen wir müssen weg weil wenn die zone gleich kommt alter ich hätte das schild haben können oder kommen schüsse da wird richtig geballert da hinten sich auf jeden fall oder erhalten habe ich doch tod und verderben gesehen tod und sein freund verderben jetzt muss ich hier rein in die zone wie viele sind noch da 19 stück noch krass dann läuft einer der hat der hat das schild von captain america ich kann nichts machen ich muss weg das ist das so rein mit dem reichen rein damit immer reichen damit immer reichen damit ok jetzt bin ich bereit der fliegt der fährt einfach weg Junge, warum erfährt er den Sturm? Oh, mein Dingenswahle. Hä, wie kann er so lange den Sturm überleben? Jetzt kommt er wieder. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Warum ist er denn jetzt der Freakin' Auserwählte? Was ist das? Oh! Captain America, ich hab' den Schild von Captain America! Krass. Junge, ich bin einfach, ich bin Captain America. Und jetzt, und dann kann ich den auch, und dann werfe ich den so. Kann ich dann auf eine Waffe switchen? Warte mal, kann ich den werfen? Und dann sprinten? Ah, okay. Oh, da ist wieder einer mit dem Auto. Cool. Oh, bin gegen den Baum gelaufen. Okay, alles, oh, guck mal, da ist sprintig. Elf Leute noch. Die elf Besten aus der gesamten Runde. Und echt? Oh, da, der eine hat sein Auto abgelegt. Ja, der ist bestimmt jetzt da oben oder so. Krass, und ich hab' vier Kills. Das sind vier mehr als im gesamten letzten Video. Er ist auf jeden Fall hier raus. Ich höre auf jeden Fall keine Schüssel. Oh, Vorsicht. Stopp. Aua. Da oben ist irgend so... Oh, was ist das? Was ist das für ein Ding? Oh, Schüsse. Hier rechts. Oh, wer ist das? Oh, 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 wer sind die? Level auf... Ich hab' einen Levelaufstieg. Aber hier hinten wurde geschossen. Wer sind denn die Leute links hier? Warum werden die mir so angezeigt? Krieg ich hier irgendwas Cooles? Oh, guck mal. Zugangskarte benötigt. Ich hab' keine Zugangskarte. Was soll ich mit denen? Was sind das für Typen, Alter? Soll ich die wegballern? Wer seid ihr? Hilfe! Hab' ich. Ja, ich hab' ihn eliminiert. Oh Gott. Da sind seine Freunde. Warte, ich mach' mit. Was? Oh, heftig. Bam. Zack, krass. Oha, was ist das? Zugangskarte. Warte. Die war doof. Warte, komm, wir gehen. Dann können wir rein mit der Zugangskarte. Krass, da ist bestimmt so was Heftiges drin. Jo, Tür ist offen. Ne, hä? Was ist denn das jetzt? Hilfe? Hallo? Was bringt das? Ich versteh' das nicht. Leute, geht sofort weiter. Wie immer kurz die Info. Ab sofort gibt's Mega Evil Mini Paluten. Auf paluten.shop. Und vieles mehr. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt geht's weiter mit einer geilen Runde. So, fünf Leute nur noch. Als ob. Jo, das hab ich das letzte Mal vor ein paar Jahren geschafft. Gut. Ich hab' jetzt auch keine 30er Killround. Oh, oh, oh. Hör ich da jemanden? Sollte ich jetzt mit Captain America Schild spielen? Dass ich Leuten so das Schild in die Fresse hauen kann? Macht das genügend Schaden? Kein Blastung. Oh, warte. Oh, ich muss weiter. Ich sag's euch. Ich bin jetzt wirklich gerade ein bisschen nervös. Weil ich auch nicht weiß, was mich jetzt hier gleich alles erwartet. Hier ist doch einer mit so dicken Doctor Doom Waffen, Alter. Oh, was ist da vorne? Und der kommt gleich und macht aus mir Hackfleisch. Oh, was hier? Äh, Herrscher. Die könnte ich hier viel vertauchen. Ja, jetzt gucken wir. Jetzt hab ich die in einer besseren Version. Oh, Alter. Da liegen ja richtig viele Items. Heftig, was hier passiert. Ja, das ist bestimmt der King. Der King der Runde. Ich muss da jetzt... Oh, da hinten sind Schüsse. Ich lauf hier ganz schnell einmal rüber. Oh, hier ist auch jemand. Aber er will keinen Stress scheinbar. Oh. Scheiße. Ja, ich hab ihn. Wunder. Ich hab hier so epische... Ich hab hier Doctor Doom-Dinger. Alter, was? Ich hab hier auch das. Was ist das? Alter, ich hab's alles. Ich hab alles, was es gibt auf der Welt. Ich hab noch Doctor Doom Bots. Was sind das alles für Sachen? Mysterio. Aber hiermit war ich eigentlich super gut. Weil ich nehm die Waffen nämlich wieder mit. Alter. Oh, was ist das? Striker-Sturmgewehr? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich damit so gut... Ich... Ich... Ah, ich... Mann, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche Waffen gut sind. Oh, wir müssen hier weg. Wir müssen hier ganz schnell weg. Schnell. Oh, den haben wir geholt. Oh, ich muss hier... Ich muss hier ganz schnell weg. Der ist... Ich... Oh, Scheiße. Mist, 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 Mist. Sonst hätte ich mir das gern noch genehmigt hier. Ich muss hier, glaube ich, irgendwo mal rein. Ne, ich muss mich einfach beilen. Ich bin viel zu low, Mann. Oh Gott, was sind das alles für Geräusche? Oh, warte, 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 warte. Gib mir doch so ein... Das ist doch so ein Party-Ding. Reinsaufen. War da nicht gerade jemand doch da drüben? Oh, ich muss nachladen. Oh Gott. Was ist das? Oh. Ich kann nicht mehr fliegen. Oh, ich werde von vielen Seiten beschossen. Oh, ich muss in die... In die Zone. Ich habe mir ein bisschen ge... Ja! Let's go! Wie habe ich das denn gemacht? Boah. Alter, mich schwindel ich. Boah. Alter. Das gibt es dann. Junge. Krass. Alter, ich hatte, glaube ich, seit Jahren keinen epischen Sieg. Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, einen, als ich mit Maxify gespielt habe. Zusammen. Aber einen Solo-epischen Sieg. Heft. Heft. Guck mal, was ich alles bekommen habe hier. Krass. Ey, ich habe alles erreicht, was ich... Also mehr als... Boah. Uuh. Ey, Leute. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann schallert den freaking Like rein. Ich fand's geil. Und schaut auch wie immer gerne auf Paluten.shop vorbei. Falls ihr zum Beispiel den neuen Mega-Evil-Mini-Paluten haben wollt. Gibt's inklusive XXL-Autogrammkarte. Natürlich gibt's auch immer noch den Mega-Mini-Paluten. Vieles mehr. Ey, Leute. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao. Boah. Was habe ich hier bekommen? Du hast einen epischen Sieg errungen. Glückwunsch. Den Doom-Schirm. Geil. Einfordern. Alter. Geil.